Wir sind froh, dass wir uns für das Finale qualifiziert haben. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, mit viel Zug nach vorne, mit viel Vertikal gespielt. Und mit Caraba, der da sehr viel gearbeitet hat, sehr viel dazu beigetragen hat, dass wir diese Tore erzielen konnten. Herr Kauhtler, der hat ein Schotspiel zum Beispiel ab. Warten wir uns beinhaltet. Wir würden uns mit den Schotspielern nicht mit dem Funktion zu machen. Ich habe die Geräusche gelegt. Wir werden in dem Schotspieler noch ein Schotspieler in Europaransporte地方 aus. Wir haben dem Schotspieler in die Schotspielern. Die Schotspieler, die Geräusche haben wir gemacht. Wir machen alles ein Schatzes und wir würden uns mehr auf den Schotspieler. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen defensiver gespielt und das Spiel kontrolliert, aber nach vorne haben wir dann nicht mehr so viele Möglichkeiten rausgespielt und am Schluss noch durch den Elfmeter das Game-Tor bekommen. Aber schlussendlich war der Sieg verdient und wir freuen uns. Ich gratuliere dann für den Sieg heute. Meine Frage, El-Ahli dann fliegt dann in wenigen Tagen zur Klub-WM. Und bis jetzt hat El-Ahli keinen Stürmer verpflichtet. Warum? Was ist Ihr Kommentar darüber, dass wir keinen Stürmer verpflichtet haben? Und was sagen Sie dazu, dass Mr. Koller dann der Grund ist, warum wir keine Spieler bis jetzt verpflichtet haben? Es ist eine Frage. Also Vorsicht. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit bis Ende Monat. Also es ist natürlich auch wichtig, dass man Gespräche führt. Und das geht nicht so von einem Tag auf den anderen, weil da viele Dinge zusammenpassen müssen. Auf der einen Seite der Spieler, der Spielerberater, dann der andere Verein. Und dann ist natürlich auch eine Verhandlung, um dann guten Preis zu bekommen. Und ich denke, dass wir bis Ende Monat noch was finden werden. Wie gehen Sie? Oder üben Sie werden geht es Healthcare. Wenn man sich projectiert, dass wir haben mich alle anderen qualifyzen. Wir haben es schon ausgesucht, aber das sind natürlich eben jetzt diese Verhandlungen. Also wir sind nicht zuständig, dass wir verspätet sind. Die Frage ist nicht zu beantworten, meiner Meinung nach. Wir haben ja Zeit bis zum 30. bis zum 31. Ich gratuliere für den Sieg heute und einen großen Sieg heute im 3-1. Ich will heute wissen, die neuen Spieler, was ihre Meinung dann über Christo, Khaled und Marawan, was ihre Meinung über die neuen Verpflichtungen. Sie haben über Kahraba kurz gesprochen, über die drei anderen. Die Frage ist, was die neue Verpflichtungen für die neue Verpflichtungen, ob Christo, Khaled oder Marawan, was ihre Meinung ist? Wir haben sie gesehen, dass sie über die Verpflichtungen über die Verpflichtungen über die Verpflichtungen über die neue Verpflichtungen haben. Ja, ich wollte heute die Möglichkeit geben, dass sie sehr, sehr dabei sind. Es ist natürlich auch noch früh, dass sie noch nicht alles Intos haben. Die anderen sind jetzt vier Monate mit uns zusammen, wissen, was wir spielen wollen, Laufwege, wie es in der Defensive auszusehen hat. Und die neuen, die brauchen sicher noch Zeit, um das alles zu perfektionieren. Aber sie machen gut mit, sie hören zu. Und das ist jetzt auch ihr Einsatz, ihr Kurzeinsatz war auch gut. Und es ist natürlich auch wichtig, dass wir eben genügend Spieler haben. Es sind immer wieder Verletzte, die ausfallen. Und dann müssen die anderen bereit sein. Und wir haben noch andere mit Cuca und Messi, die heute vielleicht ein bisschen enttäuscht waren, dass sie nicht reingekommen sind. Aber ja, sie sind jung und ich kann ihnen sagen, okay, ihr müsst weiter dranbleiben, ihr müsst weiter Gas geben. Und dann werdet ihr auch wieder die Chance bekommen, um zu zeigen, was ihr drauf habt. War es einer, die heute spürt ein, die sie richtig are, was ihr euch an念en haben, was ihr euch vornehmen? Sie haben ja ihr euch anbetten, was ihr lieben? Wir haben ja was, haben sie stimmt, was ihr müsst. 酒, was ihr mit ihr, was ihr habt ihr habt. Wir haben 커 jetzt alle, dass ihr euch mit ihren Wissen lieben, dass ihr mit ihrorganisieren und ihr mögen, was ihr, dass ihr euch sein mögen, was ihr euch anbetten. Ich versuche, dass ihr euch etwas nicht verändert hat. Und wir haben, wenn wir mit ihr, machen, was ihr gemacht haben. Und wir haben ja auch sehr viel, dass sie kommen. Wir haben, was ihr einen Namen mehrfach über das Ziel geschehen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.